Mein Name ist Andreas Braun und ich bin Systemingenieur bei AVL List. In einem globalen Team entwickle ich Batterien für die Elektromobilität. Die Elektrifizierung der Mobilität und der Wandel zu erneuerbaren Energien sind zwei der größten Herausforderungen in unserer Zeit. Als Ingenieur ist es für mich wahnsinnig inspirierend Teil dieses Wandels sein zu können. Die Batterie ist eine erfolgsentscheidende Komponente im elektrischen Antriebsstrang. Nicht nur für dessen Reichweite, für dessen elektrische Leistung, sondern vor allem für die Kosten, für die Sicherheit, für die Lebensdauer gilt es ein Optimum auf Systemebene zu finden. Als Systemingenieur bin ich dafür verantwortlich die beteiligten Disziplinen, vor allem Maschinenbau, Elektrotechnik und Software in der Entwicklung einer Batterie abzustimmen und optimale Lösungen abzuwägen. Eine erfolgreiche Batterieentwicklung erfordert ein hohes Maß an interdisziplinärem Denken. Außerdem ist die Kommunikation im Team und mit dem Kunden ganz wichtig, um die richtigen Ziele und die richtigen Lösungen zu definieren und auszuwählen. Der unkomplizierte und kollegiale Umgang bei uns im Team macht es dabei einfach, alle Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Wir verwenden die modernsten Methoden und Werkzeuge des Systems Engineering. Da ich mich damit bereits in meiner Promotion befasst habe, ist es für mich besonders toll, dass ich bei der AVL die Möglichkeit, den Gestaltungsspielraum bekomme, dies direkt in der Praxis anwenden zu können. Und bin deswegen sehr glücklich bei der AVL. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Vielen Dank.